Hallo, ich bin Melli von Partyversand und in diesem Video möchten wir den neuen Tortentrend ausprobieren, den Burnaway Cake. Vielleicht habt ihr das schon mal von gehört. Es geht darum, dass man eine Torte hat und da unten ein Fondantpapier reinlegt mit einer Geheimbotschaft und dann noch mal ein oberes Papier oben drauf und das wird nachher angezündet und dann wird die Message sichtbar. Und ich fand das eigentlich ganz cool und möchte das heute zum ersten Mal ausprobieren, also Daumen drücken, dass das klappt. Alles was ihr dazu braucht ist eine fertig eingestrichene Torte und ich würde hierfür einen Fondant-tauglichen Untergrund wählen. Dafür ist die Swiss Mill Ringe Buttercreme zum Beispiel perfekt. Die zeige ich in diesem Video nicht, aber davon haben wir schon mal ein Video gedreht und das verlinke ich euch unter diesem Video. Und wenn ihr das Swiss Mill Ringe Rezept noch nicht kennt, dann könnt ihr euch das Video gerne noch mal anschauen. Und dann braucht ihr diese beiden essbaren Papiere. Das ist einmal ein Fondantpapier, also das ist die geheime Botschaft, also bei uns wird es ein Mädchen. Und das ist das Wafer Paper, das kommt oben drauf und das ist auch das Papier, was nachher angezündet wird. Das ist ein bisschen dünner. Bei beiden muss man immer aufpassen, dass sie halt nicht feucht werden. Deswegen die Swiss Mill Ringe. Ja, und ich habe hier noch so ein paar Sprinkles bereitgestellt. Ich habe meine Torte schon ein bisschen dekoriert. Ich mache mir jetzt noch mal ein bisschen Buttercreme fertig und dann verziehe ich die Torte und dann geht's los. So, ich habe mir jetzt wieder ein bisschen Swiss Mill Ringe Buttercreme fertig gemacht und jetzt setze ich hier erst mal am Rand eine kleine Bordüre. So, als nächstes nehme ich mir das Fondantpapier, was auf die Unterseite kommt, ziehe die Folie einmal ab und lege das hier oben auf die Oberseite. Und hier habe ich mir jetzt ein bisschen größere Tülle genommen. Es ist sehr wichtig, dass sie die hoch genug aufbaut, damit genügend Abstand von dem oberen Topper zu dem unteren Topper ist. Nicht, dass die ganze Torte abfackelt. Ich glaube, zur Sicherheit setze ich noch mal eine Reihe mehr auf. Und jetzt sieht man schon, der Topper, den haben wir jetzt so eben mal schnell gestaltet, der hätte vielleicht noch ein bisschen zentrierter sein können, weil jetzt decke ich das so ein bisschen ab. Aber es ist ja der erste Versuch. Beim nächsten Mal wissen wir das besser. Jetzt kommt der Topper auf die Oberseite, der angezündet wird. Jetzt mache ich hier noch mal eine ganz kleine, um einen schönen, sauberen Rand zu haben. Ist ja auch noch nicht genug Buttercreme auf der Torte drauf. ein paar Sprinkels. Okay, die Torte ist jetzt fertig und jetzt fackeln wir sie ab. Okay. 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 Ich muss jetzt noch so ein bisschen diese Kokelsachen rausfischen. Die wollen wir ja nicht mitessen. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diesen neuen Tortentrend findet. Ob ihr das auch nachmachen möchtet oder ob ihr das eher ein bisschen komisch findet, zum Kuchen anzuzünden. Ja, ich finde es ganz lustig. Also ich finde es gut für, ich habe das auf verschiedenen Kanälen gesehen. Dann auch für Valentinstag oder für einen Heiratsantrag oder zum Geburtstag. Also ich finde es eine lustige Idee. Und das, was da halt angeschmort ist, das kann man ja so ein bisschen runternehmen und dann kann man die Torte ja trotzdem essen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und beim Verschenken und beim Überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Musik 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 Musik